Was ist das, was für ein Geschäftsführer ist? getriebe sondern es ist das getriebe neu gedacht und damit kann ich jetzt maschinen auslegen die mit wesentlich höheren schnittwerten fahren im bereich der werkzeugmaschine das geht voll auf die produktivität also die hochproduktive präzise bearbeitung da liegen glaube ich die die großen großen vorteile dieses neuen prinzips jeder hat in seinem kopf ein getriebe besteht aus in sich verzahnten zahnrädern die sich irgendwie sehen und jetzt auf einmal machen wir etwas mit einzelzähnen das ist halt spannend das will man erst mal verstehen und ich glaube diese neugier die ist bei den studenten jetzt da und jetzt muss man aus der neugier aktionen machen